Norddeutscher Rundfunk 2021 Norddeutscher Rundfunk 2021 Norddeutscher Rundfunk 2021 Norddeutscher Rundfunk 2021 Party gemacht. Durchgefeiert bis nächsten Tag. Moin. Hemd an, Krawatte um und ab in die Bank. Boah, nicht. Mir fiel es immer nicht schwer, trotzdem arbeiten zu gehen. Ich stand zwar nach Schnaps, aber es hat mir nichts ausgemacht. Ich konnte trotzdem denken. Ich wurde also eingestellt für Einlösung von Zins- und Dividendenscheinen. Der Kunde kommt, dann hat die Kasse gesagt, hier unten möchte einer Dividenden- oder Zinsschnippeln. Die Coupons einlösen. Im Schnitt haben die immer 100.000 gekriegt. Also die nehmen dich auch erst ab einer halben Million Guthaben. Dann war das 87. Ich dachte dann irgendwann, zum Molde, hast du überhaupt noch Bock zu arbeiten. Hast du noch Bock zu arbeiten? Nee, hatte ich noch nie. Ja, dann lass uns doch irgendwas machen. Ja, dann lass doch mal was machen. Was denn zum Beispiel? Weiß nicht, du arbeitest in einer Bank. So, lass mich mal nachdenken. Wolltest du noch mal nachzählen? Nein. Wiedersehen. Wiedersehen. Pack mal den Sohn ein und komm rüber. Wir machen jetzt hauptberuflich Mittagspause. Wovon redest du? Wovon redest du? Wovon redest du? Mensch, jetzt macht ihr euch doch mal locker.